guten morgen wir sind auferstanden wir wurden gerade vom ordnungsamt geweckt und zwar dieser platz sollte hier gemietet werden und wir sollten wir sollten hier verschwinden und deswegen und deswegen gleich kaffee machen zähne waschen sachen zusammenpacken und bis halb zehn verschwunden ja ich weiß jetzt nicht wie spät wir es haben ich guck mal ganz vor 9 20 na ja gut ja in der dreiviertelstunde müssen wir müssen wir hier spätestens verschwindet hier weg weg sein ja vor allem weiß man das halt so nicht weil normalerweise sind schutzhütten für jeden frei und komplett öffentlich aber dass hier dieses objekt schienen irgendwie anders zu sein dass man sich hier also der ordnungsamt hatte eben gesagt dass man sich eigentlich normalerweise sonst immer anmelden müsste um hier zu verweilen das war eigentlich wusste ja gut ist halt so gab es auch kein ärmer oder so was scheiße jetzt jetzt langsam aufstehen aber heute guck mal die die sonne ist draußen das ist richtig geil und ich habe jetzt die solarpenne schon mal dran gemacht weil die sonne hier so rum scheint das ist gut so aber scheiße ich wollte gerade kaffee machen und guck mal es ist alles kaputt und aufgerissen und vollgematscht und so weiter ich mag sowas nicht ich habe jetzt mal meine dose wo kaffee und sowas drin ist gesäubert und und wisst ihr warum diese dreckig war weil hier eine diese kaffee sahne hier aufgeplatzt ist da drin das war fast scheiße gewesen und das hat die ganzen kaffees hier versaut gehört jetzt haben wir nur noch diese kaffee sticks und kaffee sahne und weil dann die ganze zeit zucker würfel drin war war das hier so ein richtiger zuckerwasser gewesen das war voll klebrig und so weiter das ist abzumachen das war voll scheiße aber jetzt warten bis hier wasser kocht bis hier gleich blasen kommen und dann hier kaffee sticks rein machen und für mich und und marvin kaffee machen weil nico trinkt ja kein kaffee guck mal langsam kommen blasen das heißt hier kaffee ist fertig also gut dass hier es ist so heißes wasser aber ich habe hier diese diese sticks kaffee ist fertig ja kann ich immer wieder wieder mich wiederholen kaffee in der natur zu saufen beziehungsweise draußen ist voll geil guck mal hier vorne ist eine toilette und der ordnungsamt der hat uns freundlicherweise hingewiesen dass das wir dass wir uns hier auch ein bisschen frisch machen können bevor wir abreisen sehr nett und deswegen werde ich hier drin jetzt hähneputzen gehen und sowas sachen sind gepackt der platz ist so wie jeder platz wo wir pennen ordentlich hinterlassen aber darauf werde ich erst mal ein bier trinken guten morgen bier gepfurst so und jetzt laufen wir zu diesen sarai döner und dort mittag essen wir laufen gerade hier an meiner alten schule vorbei also da wo ich in der gastronomie und hauswirtschaftsschule rea schulabschluss nachgeholt habe wir sind jetzt gerade hier bei dieser ortsschild von soltau also genau da wo 50 prozent von der gesamtstrecke ist von ganzen halt schnucken weg und ich habe diese diesen schild hier noch nie gebierpowered das muss geändert werden ich habe ich habe diesen ortsschild gebierpowered wir sind gerade wir sind gerade an meiner schule vorbeigelaufen und ich habe euch vergessen die noch mal zu zeigen also da wo ich die schulische ausbildung angefangen habe dieser kaufmärche assistent für informationsverarbeitung das habe ich gerade vergessen zu zeigen das stört mich irgendwie dass ich euch das vergessen habe euch das zu zeigen ich bin da einfach vorbeigelaufen das ist richtig widerlich es gehört sich so nicht wir laufen jetzt gerade durch stadtmitte durch wir sind hier aber der hat erst um 12 uhr offen und wir haben jetzt diese uhrzeit halb elf und wir deswegen gehen wir jetzt zu expert oder so danach da hinten hoch ist ein ganz weiter weg von hier aus oder weiß nicht aber auf jeden fall muss man schon ein bisschen laufen keine ahnung halbe stunde oder so und wenn wir dann da oben angekommen sind bei expert oder oder euronics ist da auch noch dann werde ich bei dieser euronics reingehen und dort dann eine speicherkarte kaufen damit falls die speicherkarte von von marwin er auch voll wird weil die hat nur 64 gigabyte das muss das gilt zu vermeiden und deswegen brauche ich noch eine speicherkarte das ist ganz wichtig für damit ich die gesamte tour für euch dokumentieren kann währenddessen ich und marwin zu euronics hinlaufen damit ich mir eine speicherkarte holen kann erwartet nico beim döner laden weil wir müssen sowieso wenn wir dann dort angekommen sind den gesamten weg wieder zurücklaufen und wir schätzen mal dass das ungefähr eine stunde dauern wird bis wir wieder zurückgekommen sind beim dünner laden wenn wir wieder zurückgekommen sind dann kann das sein dass dann bald zwölf uhr kommt und dann kümmern du hat mittagessen aber jetzt erstmal zu diesen euro nichts oder wie das heißt wir sind hier in euronics angekommen oder euronics xxl oder wie das heißt und da werde ich jetzt um speicherkarte holen gehen so speicherkarte gekauft und ja ich habe mir hier diese sandysk ultra geholt für von 200 gb weil hier die filme sowieso immer in full hd und von daher denke ich mal dürfte ihre ausreichen aber ich probiere es einmal aus testen ob das wirklich ausreicht weil sonst muss ich das mit mit hier mit diesem bonk hier abgeben kleine video unterbrechung weil ich habe ein bierpaum machen zu gehen und bevor ich jetzt gleich raus gehe und ein bierpaum machen gehe werde ich erst mal ein bier trinken geprost so ich habe gerade mal ein bier ausgetrunken und jetzt werde ich raus gehen und das bierpaum machen gehen ich bin draußen und ich habe hier ein bierpaum schild gefunden ich grüße dich hat es 92 vielen dank für das abschließen der stufe 2 bierpaum kanal mitgliedschaft und jetzt wird wie heißt das ding und jetzt wird das video fortgesetzt ich habe gerade diese sd karte einmal kurz eingesteckt und getestet und die scheint die scheint bei mir auf jeden fall gut zu funktionieren also von daher habe ich jetzt erstmal ein bisschen speicher für damit ich für für euch diese ganze tour vollständig bis zum schluss dokumentieren kann das war mir ganz wichtig gewesen die hat 30 euro oder so gekostet so jetzt wo ich die speicherkarte erfolgreich gekauft habe und die auch funktioniert jetzt gehen wir den ganzen weg wieder zurück bis zum dönerladen um dort dann gleich döner zu essen und nico wieder zu treffen wir sind zurückgekehrt und genau da vorne ist sarai grill hatte hier wir haben nico wieder getroffen der der hat sich die ganze zeit hier auf diesen vollfett sofa hier bereit gemacht und hier wir haben jetzt kurz nach halb zwölf das heißt noch eine halbe stunde und dann macht sarai grill auf und dann können wir erst döner essen und er deswegen chillen wir jetzt so lange hier hier biertrinken auf diesen vollfett sofa rum nico hat schon den döner gekauft und und wir ich und marivin kaufen jetzt döner weil döner laden ist schon offen warte guck mal da ganz hinten da wo dieser fahrzeug ist da ist genau derselbe ordnungsamt der uns heute morgen geweckt hat ähm der ist jetzt gerade da vorne weil da pennt jemand rum auf dieser auf diesem gras und der wollte so ein bisschen nach den rechten schauen denke ich mal genau wir werden jetzt ein bisschen döner kaufen gehen so marvin und ich haben uns auch döner geholt jetzt und ich kann im voraus sagen dass der empfehlenswert ist dass er gut lecker ist ich kenne den döner laden schon sehr lange hier wir haben aufgegessen und er möchte auf toilette gehen das macht er jetzt und dann wenn er wieder zurückkommt dann dann laufen wir erstmal zu edeka als zu e-center ein bisschen einzukaufen und und wenn wir dort dran und wo und wenn wir dann laufen wir den haltschnuppen weg weiter wenn ich kohle das hier deswegen sind voll fett fängt diese ganzen d3 schepperung was von da runter hier runter fällt und umfällt dass das hier da drauf kommt hier auf diesen wie heißt das ding nochmal genau das hier solarpanel damit meine akkus hier aufgeladen werden wir haben gerade dünner aufgegessen und jetzt erst mal zu edeka e-center hinlaufen start kommt leute es kommt eine erinnerung hoch und zwar kommt mal da ganz hinten da ist eine kneipe in diesen diesen gebäude da drin und und ich war dann ich habe mit einem kumpel gesoffen gehabt und ich war da besoffen drin gewesen und und als weder nach hause gelaufen sind das hier hat mein kumpel hier fast hier runter gefallen in dieses wasser rein so besoffen war ja gewesen ich muss sehen ich muss sehen besoffen dann nach hause bringen das ist direkt weg hier mit der auto wo fahrzeuge hinfahren mit wo gasen rauskommen und sowas wir müssen einen noch viel längeren weg laufen weil wir laufen ganz viel weg wo keine gasen langfahren der hat noch viel mehr lang dran und ich will auf jeden fall auch noch mindestens zwei ortschaften besuchen oder vielleicht sogar drei genau drei ortschaften besuchen kommen wo ich früher mal gelebt hatte die wollte ich unbedingt auch durchgeführt mitnehmen und wir laufen gleich dort vorbei wo ich früher gewohnt hatte da drüben in diesem haus da habe ich früher gewohnt ähm so im alter zwischen 18 und ja genau ab den 18 lebens ja und dann vier jahre ungefähr und das war früher auf jeden fall eine extreme schimmelwohnung gewesen mit ganz viel ja ist das ding äh wasserschauen da ist dieser ganze wasser von den wänden runter gefallen also in die wohnung reingegossen so dass meine ganzen sachen dann die ganze zeit verschimmelt waren das war das war voll widerlich gewesen und die die wände die waren ganz schwarz gewesen von den ganzen schimmel und so weiter so ich habe jetzt eben gerade meine ehemalige wohnung von hinten betrachtet und das sah jetzt unverändert aus von außen her zumindest und guck mal hier hier vorne ist der werden wir jetzt hier noch mehr sachen kaufen gehen ich muss kontrollieren wie viel platz ich noch immer in meiner kühltasche drin hat zum für bier kaufen aber nur damit ihr bescheid wisst dass wir jetzt erstmal nachschub holen und und der da der passt auf unsere sachen auf weil er braucht von drin nichts also außer eine flasche wasser was ich mit ihm mit mit nehme ich habe gerade eingekauft und hier ich habe mir zwei zwei träge hasse röder gekauft weil ich habe noch weiß nicht 5 6 flaschen oder so noch in meiner kühltasche drin von von gestern dann hier ein stilles wasser für für nico dankeschön und ich habe mir hier zwei apfel dreiecke gekauft zum unterwegs fressen und hier ein zeller bier pilsener das muss genutzt werden wenn man hier so in dieser gegend ist weil hier gibt es zeller bier hier kann man zeller bier kaufen und den hier den werde ich jetzt trinken zum zeller bier trinken ja das ist ein genutzt bier mit geschmack dran das war e-center bier power gewesen vor e-center weil weil e-center zeller bier zu verkaufen hat deswegen also dieser e-center jetzt hier da drüben da ist deswegen habe ich davon gerade bier frau gemacht weil ich das gut finde wir haben das haar gefunden wir sind jetzt hier bei diesen heizschnuckenweg angelangt jetzt heizschnuckenweg fortsetzung start kommt leute ich habe mich jetzt gerade obenrum frei gemacht weil guck mal weil hier der weil von oben hier der d3 und die temperaturen scheppern das ist voll geil genau so hat das zu sein und nicht anders deswegen habe ich das hier drangehängt und damit ich das hier weniger voll spitzen tue das ist richtig geil das gefällt mir ich bin fast so von meinen füßen gefallen guck mal hier schwimmt ein bach rum der schwimmt hier oder das ist klar wasser prüfen wie viel geschmack das hat ja ich würde sagen ein bisschen eisenhaltig aber aber ich denke also wir brauchen jetzt wir haben wir sind ja jetzt nicht in wassernot aber aber ich würde daraus trinken guck mal da drüben steht drauf wie zendorf noch 15 kilometer da müssen wir durch das ist die nächste ortschaft die wir da treffen und hier durch müden örtze da werden wir auch durchlaufen aber ich vermute mal dass wir dass wir erst morgen durch müden durchlaufen gefroßt ja ihr bier trinken beim wanderer ist geil ja ja Der ist mir runtergefallen. Junkbirke, lecker, Loch gefunden, da ist gerade Nico mit seinem Fuß da reingefallen, Marvin ist vorgefahren und der hat hier eine Sitzbank gefunden und der trinkt Bier. Prost. Ja, ich auch. Gebrust. Gebrust, okay. Das ist mal was Neues. Ja, bitteschön. Ja. Ja. Danke schön. Wir machen jetzt die Halt an der Sitzbank. Und hier, hier ist dieses Haar, das ist gekennzeichnet, dass wir einen richtigen Weg sind. Ja. Ja. Hey! Hey! Ha! Hi! wir laufen jetzt die ganze sattiert durch diese landstraße lang da läuft auch dieser heidschnucken weg lang und keine ahnung nach zehn kilometer oder so dann sind wir in dieses wiesendorf oder wie das heißt angekommen das ist diese ortschaft das ist die erste ortschaft wo ich gewohnt hatte da war ich ganz klein vielleicht irgendwie null bis ein jahre oder so bevor wir da bis bin gezogen sind ich weiß auch gar nicht welches haus wir gewohnt hatten aber wir aber trotzdem wir laufen da dahin da lang dass wir dort angegriffen sind noch 8,5 kilometer bis wir hier dieses wiesendorf erreicht haben und hier noch 23 kilometer bis müden kommt und der wiesendorf werden wir heute auf jeden fall erreichen und müden das kommt dann morgen dran also wir pennen wahrscheinlich zwischen wiesendorf und müden irgendwo im wald oder so oder falls wir irgendwie was anderes finden auch wieder unterstützt oder sowas oder bushaltestelle oder lost place oder oder keine ahnung was aber auf jeden fall genau dazwischen da pennen wir heute nacht jetzt gleich ist die dunkle halten oh scheiße marwin hat dann sein mikrofon verloren wir warten hier so lange na ja hoffentlich findet marwin sein mikrofon wieder was der hier dran geklemmt hat das ist ganz wichtig wir sehen wir laufen jetzt gerade durch pferdenlandschaft hier durch und guck mal ich möchte euch ich möchte euch unbedingt nerven mit dieser voll geil sonne was hier langsam runterkommt ich möchte euch alle dass ihr hier diese sonne rein rein guckt ich werde es geil finden wenn ihr da jetzt gerade rein geguckt habt aber ich finde das ich finde das geil da rein zu gucken oder 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 irgendwie auch nicht weil das zu hell ist guck mal da hinten da hinten ist sonnenuntergang das geht runter da hinten aber richtig das war ganz wichtig gewesen dass ich euch gezeigt habe dass da hinten sonnenuntergang kommt und dunkle kommt oh scheiße hier guck mal diese mini box hier vorne die bricht hier vorne die ganze satte diese ladung ab und ich glaube die ist jetzt langsam die hat so langsam geist aufgegeben und weil sie hier diese ladung also gut jetzt jetzt gerade wurde leuchtet der ladet jetzt gerade aber aber die meiste zeit bricht er die ladung ab wir laufen jetzt gerade über so einen fluss rüber richtig geil wir sind jetzt gerade in dieses wietzendorf drin und jetzt laufen wir durch dieses wietzendorf durch wietzendorf dass ich das ist die erste wohnung wo ich mal gelebt hatte also also ich weiß das war nicht mehr weil ich da irgendwie null bis ein jahre alt war und das war das war trotzdem unser erster wohnort gewesen wo also wo ich geboren war und dann sind wir nach bisping gezogen und seitdem an weiß ich das alles aber aber vorher wo wir in wietzendorf gewohnt hatten da war ich viel zu jung gewesen um das zu wissen wir sind jetzt gerade in wietzendorf so wie ich das vorhin gesagt hatte da sind wir immer noch und der marvin hat eine schutzhütte gefunden oder sowas oder sowas das wissen wir noch nicht was ist ja und der sollte der sollte ziemlich unbekannt sein diese schutzhütte und der sollte 2,6 kilometer ja ja 2,6 kilometer liegen das heißt das heißt noch über eine halbe stunde laufen bis wir dort angekommen sind und das ist unser unser fennplatz dann voraussichtlich falls es was sein wird kurpflappe an damit wir uns hier diesen weg hier anleuchten können hier guck mal wir haben diese schutzhütte gefunden das soll diese hier sein die ist so die ist wirklich sehr sehr klein also sie ist so groß wie so eine Bushaltestelle so groß wie ich ähm ich bin eine Bushaltestelle Bushaltestellkonstruktion aber aber hauptsache wir haben jetzt hier erreicht und wir werden jetzt gleich ähm hier friessen ich werde gleich ähm Spaghetti Bolognese kochen darauf habe ich voll bock drauf Marvcon TV der kocht der kocht sich hier was ja sowas hier Nudeln mit Hähnchen und Teriyaki Soße und er hier da braucht also genau der der da der braucht ähm da airbrauch heißes Wasser weswegen ist dieses heiße Wasser hier diesen Topf drinnen der jetzt gerade dabei ist heiß zu werden da wird er seine das hier erwärmen können genau äh und wenn das passiert ist dass er das hier erwärmen kann dann ähm kommt meine ähm sometime in der Ich bin hier runtergefallen gerade. Guckt mal. Fertig. Fräßen ist fertig. Ich finde, das hat voll cool Geschmack. War geil. Gefällt mir. Hier, die Penplätze sind belegt. Und zwar, guck mal. Hier vorne. Hier hat, ähm, Marwin. Äh, genau. Ich mach das ein bisschen heller. Genau, hier vorne hat Marwin hat seine Hakenmatte aufgelegt. Aufgespannt, damit er genau hier drinnen rumpennt. Und wir, ähm, und zwar hier. Guck mal. Das da, also Nico, der hat hier seinen Penplatz. Nee, hier oben. Oder, oder hier oben auf der Bank. Wie auch immer. Und ich habe hier, genau hier auf diesem Boden hier, meinen Penplatz. Hier werde ich rumschlafen. Und, ähm, Marwin, der wird uns leider morgen früh verlassen. Aus arbeitstechnischen Gründen. Was sehr, sehr schade ist. Ja, leider. Aber geht ja nicht anders. Ja. Aber dauert nicht lange, dann machen wir nächste Tour. Auf jeden Fall. Mhm. Muss gemacht werden. Stunden. Wir kommen. Ja. Wir kommen. hier ähm D3 Shepard voll cool und damit noch mehr D3 Shepard habe ich mein Urinfahrer wie der Fummel schon wieder ausgezogen immer mehr Fußschmerzen kommt das ist voll cool ich mag das endlich Fußschmerzen ja diese scheiß Füße die brennen endlich das finde ich voll cool